Junge, wer ist das? Er labert nur Scheiße. Wir gehen rein, nehmen das. Und wir hatten gerade so viele Zuschauer. Ach, Lukas, da komme ich wieder mal genau richtig, ja? Und die Übertragung hat es beendet. Keine Ahnung warum, einfach beendet. Nö, nö. Ich gucke gerade dein Livestream. Nö. Doch, doch. Den neuen? Ja, den neuen. Hey, update Überprüfung. Warum update Überprüfung? Bei was? Hallo. Ich will dann aufs Grube beitreten. Ah, ne. Ja. Ja. Leute, Verlass, wir sind gerade alle in einer Gruppe. Jules und Leonard, Verlass. Ja, gleich. Wir können jetzt alle zusammenspielen. Boah, endlich funktioniert das jetzt mal. Ja, Verlass, komm. Die Zuschauer können nicht lange warten. Und wir haben genau null Zuschauer. Die können nicht warten. Das Popcorn wird kalt. Das Popcorn wird kalt. Die null Zuschauer, die, die wollen Unterhaltung. Ja, die sind null. Die sind null. Da. Fabin? Hallo, verlass doch jetzt mal bitte. Magels, verlass doch. Hallo. Das Popcorn der Zuschauer wird kalt. Das Popcorn implodiert schon. Ich spring runter, weil ich will meinen kleinen XP und meine Geld. Tim, du hast ja schon den Titel gesehen. Schaffen wir Level 20. Ja. Wir sind Level 19 jetzt schon. Könnte gute Chancen werden. Null Zuschauer. Das Popcorn der null Zuschauer wird kalt. Komm Jungs, wir spielen jetzt. Null Zuschauer. Ein Zuschauer. Ein Zuschauer. Wuhu. Ehhh, mag gerne. Ein Zuschauer. Lukas, ich bin da eine Zuschauer. Boah. Ich bin da schon auf die Kamera. Ich bin da noch auf die Kamera. Ich bin da noch auf die Kamera. Ja, ich bin da noch auf die Kamera. Es ist so geil. Hey, Julus, welches Level bist du? Julus, welches Level... Okay. Oh, die Pfarrer, Mann. Oh, Frau. Oh, die Pfarrer, Frau. Oh, die Pfarrer, Frau. Oh, die hat einen neuen Freund. Rennstrecke, Rennstrecke, Jungs, Rennstrecke. Nein, da gibt es keinen Lose, Alter. Retail. Ich gehe wieder. Retail, Retail, Retail. Ja, ich gehe Retail. Ja. Ding, ding, ding. Juni, du bist ja dabei. Nein, das lag daran, dass wir... Wir hatten zu viele Zuschauer, Julius. Das hat es überlastet bei mir. Ja, stimmt. Die Null Zuschauer, das waren zu viele. Das hat mein PS4 nicht verkraftet. Lukas, das übertreibt man nicht. Das sind Fahnen viel zu viele, Mann. Du musst auch echt immer... Das geht halt echt nicht. Die armen Zuschauer hier. Versagen, bitte leise, Jungs. Leise. Ja, das hat mein Freund. Leise. Ich weiß, wo Gegner ist. Puschen wir den. Nee, da drüben. Pappi, oh mein Gott. Pappi, komm, wir pushen den. Hey, Tim, wo warst du? Tim? Hm. Warte, ich mag ihn demütigen. Der ist hier. Der Wut. Der Wut. Julius hat uns verlassen. Nein. Julius hat uns verlassen. Hier, komm her. Julius. Lukas, komm. Warte, bekomme ich mein Ding. Bekomme ich ne... Äh, mein... Äh, mein Jagdgewehr. Mein Jagdgewehr. Äh, das hab ich. Oder hier liegt eins. Oder ich hab eins. Ja, bekomme ich. Ja... Ja, kann mir jemanden ein bisschen leichter Müll geben? Ich hab 18 Schuss. Ja, hier, ich hab von dem bisschen was gebraucht. Oh, danke. Julius. Hat jemand, hat jemand's nevormoniert? Äh, ja, hier kommt. Ja, ich hab von Julius bekommen. Hier liegt aber noch. Jungs, da war noch von Wasser. Das ist so ein Trickswixer. Aber die machst du meinen Move gesehen? Lukas, komm zu mir. Da vorne sind zwei Gegner. Drei. Ja, Sarah, Lukas, echt wie leichten. Lukas, komm. Schnapper-Monie. Nein, ich hab schon. Lunge, ich hab keine Fernkampfhäuser. Das ist dir schon klar. Ich auch nicht. Doch, ne, Sniper. Boah, wie knapp, Mann. Achtung, der links, Julius. Lügt doch gar nicht. Nein, die Wurschen. Julius, du bist wieder 0,000, das ist wirklich bei dir. Nein, hielt mich eine hoch. Ich bin ganz unten. Julius. Julius, ja, moin. Nimm mich doch einfach. Das übelste Sproutin. Nein, von der Seite. Jungs, ist ja tot. Wenn du mich direkt hättest, dann hätten wir es geschafft. Aber Tim, hast du gesehen, immer wenn ich geschossen habe, immer weggelaufen. Ja. Da war es jetzt im nächsten 80er Schild. Leute, ich spiele gleich noch mit Bennett, weil ich hab's ihm versprochen. Oh, ne, nicht mit Bennett. Ja, ich spiele Duo mit ihm. Also. Okay, ciao. Oder ich spiele noch kurz die Runde. Hey, was ist? Oder wollt ihr ohne mich weiterspielen kurz die Runde? Ja, geht. Ich quitt kurz. Hi, Fabian Müller. Der eine Stream-Freund ist leider abgekackt. Keine Ahnung warum. Ich hab nur Fortnite gestartet und danach hat's den... Retail oder Paradise. Wohin sollen wir? Wir wurden von Lennart verlassen. Leute, wohin gehen wir denn? Ja, aber da ist... Alles klar. Lass uns das Paradies erforschen. Ey, die gab... Also, das wir das so machen, wir sind ja mal wieder zur Ruhestörung, Digga. Wir müssen unbedingt töten. Da wegen Ruhestörung. Ah ja. Oh, wir können nachher... Lass nachher eine Challenge machen bei 50-50. Only Schallgedämpfte. Noch mal 50-50. Ja, wir schaffen das nicht. Ja, die Pumpgun. Oh Gott. Ich bin down. Julius! Hier, ich... Ich... Ich hab mich nicht... Ich hab mich nicht... Ich hab mich nicht... Ah! Lukas, komm her. Oh. Julius! Schnell! Jetzt sind wir hier... Jetzt sind wir jetzt ernsthaft zu zweit. Ja, ich hab das mit Bennett und, äh, Lennart spielen. Ja, die soll die uns... Oder... Ja, wir lagern... Ja, wir lagern... Wir sind in den... ... in deren Party. Ähm... Welche Partys sind die? Jem... Ja, da ist die sie... Beiträten, oder? Ja. Servus. Hallo, Lukas. Wir spielen mit euch, okay? Jetzt? Ja. Wie? Wer? Was war alles? Tim noch. Timi! Ja, und was? Tim? 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 Ja, und was? Tim? Ja, und was? Ja. Komm. Bist du noch immer auf Live? Ja. Wir machen gerade Livestream, Bennet. Abonniert mich, dass sie dich hören. Abonniert mich auf Visi TV. Visi TV. Abonniert mich mal. Es ist ein Kurs für 50 Abonnenten. F, also groß F. Dann klein R. Dann wieder klein I. Ey, da ist doch 50 Abonnenten. Dann wieder klein S. Wieder klein Y. Hast du? Ich hab'n Lama-Typi. Hast du nicht? Er macht Boomfloss! Guck nur! Wie das aussieht! Hast du mich gefunden, Reinsch? Hä? Ist Bennet aber auch egal. Äh, Bennet, hast du mich gefunden? Was für das, die? Wir geben immer, was als erstes ist, weil da die meisten Gegner sind. Ja. Ich will aber nicht immer so viele Gegner. Boah. Dann musst du über den Gegner zu spielen. Dann musst du kein Vortrag spielen. Dann musst du kein Vortrag spielen. Ich will Sieg! Ja, Sie können wir gut um. Alter, hast du noch keinen in der Zwischen? Nö! Oh! Oh! Eine Runde Mitleid! Halt 2! Oh! Sieh mich mit mir raus, haus! Nein, ich gewöhne, Mengo. Meine gerne mit mir. Und ich bin schon hier. Beim jetzt ein Gegner! Komm zu uns, komm zu uns, komm zu uns. Noch hier rüber, noch nach so zu ruhig ab machen. Ja hört man. Nein! Bin ich der einzigste beim anderen Weg? Junge! Nein, ich komm. Hilf mir! Nein, nein, ich komme. Er hat keine Waffe. Los, schnell! Jetzt hat er eine! Nein! Los, schnell! Schief! Ja, danke. Oh! Oh, danke, Jungs. Hat jemand hier? Nee. Tim? Na? Oh, hier oben liegen wir da schon hier. Oh, ja. Da oben ist noch eine Kiste. Die hat die Kiste überlebt. Loll, die Kiste hat erstmal überlebt. Oh! Oh! Ich gehe aufs Dach. Guck mir mal zu. Hätte ich noch zu? Ja, ich geh auch zu. Oh, was hast du? Na, du kannst. Oh, mein Gott, wie kann ich jetzt die Kiste anwenden, Alter. Und das können wir erstmal Minis, ja, falls sie kommen. Genau, Lukas. Ich hätte halt noch jemanden. Lennart, abhängig er sich. Ah, ne, ich krieg schon 150. Ah, warte. Jetzt! Nein! Warte. Nee, nicht weit. Oh! Das ist auf der Peak jetzt. Du, Freie kannst du dich auch nicht instellen, oder? Ja. Ah, jetzt schießt er von da unten hoch. Ja. Unter, unter. Oh! Unter euch! Was schießt er, wenn du mal paren kann? Oh Gott! Hopp an! Nein! Wenn, die Ball pusht euch. So, das ist dann 54 Headshot gegeben, in der Luft. Verdammt. Schade. Wem hatte ich eigentlich einen Headshot gedrückt? Tim? Wen hatte ich denn Headshot? Ey, okay. Nee, der hat sich hochgebaut, aber das gibt so ein bisschen was, drei Schüsse an. Ich hatte mir gedacht, hä, wen habe ich jetzt getroffen? Ich habe nur einfach reingeschossen. Aber die, das war, äh, gute Runde ist zum ersten Mal. Ja. War ganz okay. Lennart, das war. Mhm. War ganz okay. Junge, der einer hat mich einfach mit deiner fucking Granate geholt. Der hatte auch irgendeine Minigun, das so, gell? Ja, was hatte der? Alles geil, auch groß und bock. Ah, du bist der vierte Zuschauer. Wir haben schon wieder vier Zuschauer. Woohoo! Ja! Hast du mich alle abonniert, die gerade zuschauen? Wenn, nein, dann tut's mal. Ey, du kannst so sagen, ich sage, das ist 70%ig, ich kenne Karte zuschauen. Hau ab! Hau ab! Hau ab auf dich! Geht weg! Retail, wow! Retail, wow! Retail, wow! Tschüss. Wo ging mir? Hau ab! Wie willst du noch nicht draußen, oder? Nee. Das ist voll scheiße, Alter. Aber geh mal, kann man mit dem Würfel Autos fahren. Das ist voll geil. Ich hab damit gestern übelst viele verarscht. Ich bin zu Auto gefahren, hab dann halt so wissen, bin zu vom Gras hundert und hab so gemacht, als ob ich schon längst ausgestiegen wäre. Und ich weiß, dass Auto weiter. Sie steigen vor, nein, als Fahrer. Ich geh raus aus, gegen und rutsch. Ja, da war ich dabei. Echt? Ich gehe hier, ja, da war ich. Ja, kommt einer zu mir. Oh. Bitte, bitte. Vielleicht bin ich da hinten. Oh, da lag eine Black Scar. Jungs! Wir müssen auch welche, Tim. Lauf zu mir! Wie denn? Ah, hi, Bennett. Leise. Hast du eine Waffe? Jungs, können wir mal leise sein, bitte. Komm, Bennett. Ja, da lag eine Black Scar, die will ich. Ah, nee, das war nur ein normales Scar. Egal. Für mich war einer. Nein! Slack, Slack! Tempo, Hilfe! Komm mal, komm mal. Schnell, schnell, schnell! Ja, bin da. Oh ja. Ich will das aufpassen. Ah, du hast ihn doch. Ja, ganz knapp aber. Ich habe ein Mini für dich. Dann halt bei mir! Oh, ich habe zwei Minis für dich, komm her. Ja, wir müssen jetzt denen helfen. Lukas, hier. Ich will von ganz allen dabei. So seid ihr. Ich habe so viel im Haus, im Haus, im Haus, im Haus, im Haus, wenn er dem, lauf, 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 wie willst du sie sehen? Morgen, ach so. Okay, okay. Gleich gesagt, wir gehen den, der links oben. Ich habe da einen genockt. Einer ist da noch oben. Nein, Bennett, komm! Der noch. Ja, sieh mich. Ach, den hinter dem. Bitte, hee. Danke. Wir sind von hinten. Danke. Tim hier bei mir. No. Bei mir auch, bei mir auch. Der Tim, der ist aber low. Der oben. Oh, Taco. Noll. Nice. Nee, der lebt noch. Der geht doch fucking hin. Hey, Jungs, das macht halt echt keinen Spaß. Ja, Mann. Was, Jungs, wir sagen, wir gehen in Läden, wir gehen in Häuser. Und 30 HP. Und 30 HP. Oh, eine Mimikam. Da muss ich euch mal wieder mein Stützer-Skins einmachen. Ich glaube, ich auch. Ich glaube, ich auch. kichert so, wie zu lange. Zum Weg. Wir gehen so einen Weg morgen. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Und danach zumal kichert so. Und dann will sie mit. Wie viel Uhr? Komm, ich weiß nicht. Komm, ich beschützt dich. Hat drei Hits, vier. Komm, jetzt fällt Lava. Und jetzt alle, jetzt gehen wir alle zu viert ins Haus. Oh, nee, ich glaube, ich so wie jetzt. Ich glaube, ich kann man nicht sagen, dass wir irgendwo hingehen. Und mir ist das halt immer so bei Fädel, ich kriege das die Waffe. Ja. Hä, was? Ich finde immer Waffen. Fädel ist meine Heimatstadt. Oh, Heimatstadt. Der Fädel ist nicht meine Heimatstadt. Müssen wir alle da rein in das Haupthaus? Nein. Gut. Aber einer geht hier zu mir. Dem also, wenn es gut wäre, ist ja echt gut, wenn du mal langsam zu mir kommen würdest. Weil du mir wenn geht. Oder nee, lass es jetzt ja, passt alles. Ohne Blau Pump. Also, Fädel ist echt meine Heimatstadt. Fädel liebt mich einfach. Seit wann gibt es noch Fairlink-Rakete? Tim, komm zu mir. Ja, komm. Seit wann gibt es noch Fairlink-Rakete? Komm. Ohne Waffen. Ohne Waffen. Oh mein. Oh mein Gott. Leute, danke. Leute, ich will ja nichts sagen. Aber wenn ihr in den Chat schaut, das Ding ist echt meine Heimatstadt. Kommst du rein? Oh Mann. Das ist nur Kölz. Oh, komm Tim. Komm. Oh, was ist denn das für ein Aspen? Oh, tschüch. Alter. Kommt rein. Hey, krieg ich hier irgendwo jetzt. Alter, nee, Mann. Ich so ein Wixer. Nimm nicht kurz. Nimm mich kurz. Nimm mich kurz. Bauer, Bauer, Bauer. Davor. Die da, Nimm mich kurz. Bist du? die durch die durch jetzt nicht nur um an warum hast du nicht durchgezogen ja ich habe ich hier rein hier ins maisfeld ja ich komme oh mein gott nicht rein Tim komm ich habe so wenig Leben ja komm rein ich kann dich hier nicht hochhellen 3 komm zurück ich bin im maisfeld hier ist irgendwo ein Gegner ah ich sehe ihn auf Norden jetzt irgendwo hier drin irgendwo hier bei mir einfach die du kommst hast ich abnisfeld wir lassen warum nun lass ich jetzt mal töten probier doch einfach meister ah mein meister ist in der heimertstadt oh man er hat sich auch so getötet junge die haben das ganze meister abgefahren was soll ich da machen aber team wie wir uns im meister zurück geht habe ich habe ich konnte ich da manchmal nicht hoch hier im meister kann ich habe keine Ahnung lennart bennett okay okay lukas okay 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 lukas lukas und schwarze ritter mein cape ist gerade übel verpackt was ist mit meinem kabel wer schaut auch zu ja leute schoppen wer auch wenn man das wird ja dieses mal ok wenn er die haben denselben hängergleiter welche läden ich gehe da oben rein immer eine shot kann also ich schwöre ich weiß gar nicht warum hier hat einer die waffe als ich ja lauf raus ja kann ich doch los danke ich brauche doch auch eine hexe machen ja ich hab 20 schuss geben wir ein bisschen moni ja ich brauche ich habe verbände für dich lennart ja dann gib ja ich bin hinter dir ja Oh, so. Der will ein Dickness. Komm her, hier drinnen ist einer. Aber keine Kiste. Ich glaube, wenn wir hier nur ein Gegner waren, niemals. Ne, da hinten hatte ich noch welche gesehen. Ja, Schüsse! Ja, da hinten laufen auf Norden. Gerade rechts zu den Läden, glaube ich. Ja. Hat einen Hit. Hat noch einen Hit, hat noch einen Hit. Hat drei Hits. Läuft in den Laden rein. Lass mir ein bisschen Loot. Ich brauch ein Sturmgewehr. Ja. Töne mir die Farm aus. Mach das wechseln. Oh, tut mir ein bisschen Sturmgewehr. Kann jemand verwende? Jemand. Ja, ich. Kann mir jemand ein bisschen Sturmgewehr, Moni geben? Ich hab 33 Schuss. Ja, eh. Boop. Ah, danke Ehremann. Das waren aber bestimmt noch nicht alle. Doch, der war direkt tot. Da liegen noch Äpfel bei mir. Ja. Ah, gut. Gönn. 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 Ja, Tamba, mit einem Töller, oder so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habe auch hab'n Band. Und die Raketen? Nein. Du kommst? Nein. Okay. Ich muss noch kurz zur Laterne. Du kommst. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Ich komm gleich. Hä? Jetzt? Ah, jetzt. Jetzt hat es dich geklappt. da war so ein tick zu spät da ist was in der Luft gestanden und man konnte nicht weiterlaufen, also das war so unsichtbar Willi, ich bin kein einziger App und hab 98 HP schon irgendwie verarscht komm lass mal ein bisschen weiter gehen das Haus wird nun abgebaut Leute ja vom Berg oben es sind zwei das ging in 3 gegen 2 ne im Busch ist keiner der im Busch ist low hab den im Busch gefinished im Busch ist einer der slow hat kein blue life mehr der ist low, das weiß ich, dann hab ich nämlich low gemacht ich hätte das so viele an hab die alle bekomme ich Sturmgewehr Muni hallo kann mir jemand ein bisschen Raketen Muni geben ja ich hab null Schuss alter, er rassiert kann mir jemand einen Schuss übernengtet kann jemand einen Mini kann jemand einen Mini nein, ich hab einen Schuss, kann mir jemanden ein bisschen geben von Rakete hab ich nix sind wir alle keine Minis Tim ne Leute Zonen du hast einen Mini, das weiß ich hast du, Tim ne, ne also du ne Lenkrakete mit Lümms ja ich hatte noch Platz ich hab null und ich hatte einer der Busch auch der in Bull einer der der war der Busch, der habe ich so weg rassiert also der 46er danach ist noch einer Busch begangen danach ist ein zweiter Busch den hat er so ne hab ich auch Leute von Holz kannst du mir ein bisschen Stein abgeben oder sowas aber Leute niemand hat Schaden bekommen, oder? doch Tim oh Tim oh Tim ich weiß, dass der Mini hat nein, habe ich nicht doch hast du Junge, ich kann dir mal alles decken ich meine ich den Mini, du hast unten Mini sei rot darf ich mich verdienen, Lennart nein oh du kannst ja mich nicht schreiten sagt sogar Simo da ich bin High ground ist Loll, wie kamst du so schnell nach da oben, Lukas? grabla hopla ha ich bin als erster losgelaufen mit einmal logisches denken kann man so dass er den ganz hohen heiko und holen oder hier unten kann man wieder fahren an den paketen ich hab wohl dem konzept ist ein ganzes stein abgeben ich habe nur 300 holz er kommt ja hier hier was gibt noch mehr kommt also noch mal irgendwann bin ich habe nicht gesagt 562 und 214 hier ich muss alles allein ich könnte unerhaft sein an euch unterschieben aber woanders liegen ich bin fast von der geflogen herrscht man darunter für das stimmte runterfallen Lukas was machst du denn du? hä bist du platziert alles mit da vorne ich glaube hier die Welt nimmer wir sind sehr komisch ich gehe mal kurz die Sniper ok behalt sie halt Tim würdest du mir dafür was abgeben was klein ist wieviel Sturmbarmonie habt ihr? das ist ok oder willst du Raketen? ja Raketen lieber ich hab ne Scopa Air ich hab ne Scopa Air hat jemand dafür Sturmbarmonie? weißt du das? oder willst du noch mehr? ja von hinten Leute von hinten hat ne hat jemand Sturmbarmonie? bitte ich hab ne Scopa Air wo? Nordosten ganz unten auf dem Boden ohja Tim schieß da nicht hin hör auf lass es die müssen kommen ich schieß mit der Lenkrakete oder? nein die gehen nicht so weit ich seh sie grad gar nicht mehr er kanns ja mal probieren er kanns ja mal probieren Digga ja ich weiß aber nicht wo die sind ich auch nicht seht ihr sie? ne die waren vorhin da unterm von die sind jetzt ganz rechts die sind ganz rechts im Wald das ist einer 2 Achtung ich schieß mit der Lenkrakete 2 ok Achtung ab Achtten Ein hop One Ja klasse Lenner klasse Lenner Finish'n TIM finish'in er ne ich habe sie mich schon hallo 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 ja alles gut sie holen wir jetzt den lud ja ok leute 2 und auf ja da hätte ich auch über den boden jungen aber wenn es um kummer und nicht all den wohl nicht allen ich will ein bisschen gut ich habe mir auch ein bitte noch ein bitte droppen wer braucht die mp nicht oh nein der ganze loot ist noch da unten hallo ich würde gern noch ein zu ja ich kann kann mir werden danke dafür und jemand ein bisschen raketen ich habe 408 440 ich kann keine mini stecken ich kann euch noch nicht geben wenn ihr braucht aber ich bin ein bisschen stimmgewehrmonie hier den brauche ich nur den lenkraketenwerfer er hat mir genug arbeit geleistet ich verschone dich als ob du bist noch da unten komm lass den loot trophy holen nein 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 wir dürfen nicht auf flut kann das machen nämlich alle ja aber wir brauchen den kit oder irgendwas oder lagerfeuer schon gut ich habe noch ein paar jungs alle hier rein kommt sie rein jungs hier das hier ist unsere rettung weiter ich brauche zwar nicht aber und wir haben ich bin da aber auch ich bin da ich hab so viele ich habe einen halben headshot gedrückt den anderen habe ich auch noch ein headshot gedrückt und ein habe ich gefinisht zum spiel wie so weiß nicht was zwei teams ich und lukas gegen wer hat uns ja okay kommt macht du musst du einen erbten muss und das nur eine Runde das Spielwiese machen nach und Ich hab gar keinen Bock. Wechseln wir Team Bennett? Ja, ja. Oh, gar keinen Bock. Alle noch zertet, ne? Fältet. Warum eigentlich immer Tiltet? Halbhauptstadt. Tiltet ist so richtig Heimatschaft vorwacht in deiner Heimatschaft. Oh, ich hab immer noch drei Zuschauer. Alle drei Zuschauer. Besser abonniert. Free City hat er nämlich die 15 Abos. Dann kriegt er zwei Sende mehr. Oh, verdienst du eigentlich was? Wenn ich Bankkonto angebe? Ich mag nämlich... Zu 1 Cent vielleicht pro Video. Ihr habt abonniert. Ja, ich fahre nicht weiter, dass du abonniert hast. Aber trotzdem danke. Sag mal, dass du nur wegen mir abonniert hast. Oder du hast auch nur wegen mir abonniert. Machen wir mit C4? Ohne runter. Wer schaut noch zu? Ja, ich weiß grad nicht, wer noch alles zu schaut. Ohne Heimel. Ohne Heimel mitnehmen. Ja. Wir sprechen die gleiche Sprache. Ja. Also jetzt ohne C4, oder? Ist sowas doch nicht schön Tim. Ohne C4 jetzt, oder wie? Mit C4 oder ohne? Ja, kannst du doch nehmen. Oh, Bennett. Ohne Heimel mitnehmen, gell? Einmal auf 100 machen und dann, wenn alle runterkommen, nur mit 100 kämpfen. Ey, Lukas, geh mal ein, geh mal ein auf dein, ähm, so wie das YouTube heißt, Spielwiese. Äh, du wolltest es zu Spielwiese. Warum? Stream. Weil es ist besser einstatt Level 20. Ja, aber ich möchte dann 20 werden. Ja, kannst du ja auch nicht verbieten. Hast du noch mit C4? Ja, gerne. Ja. Ja, einer schießt schon. Oh, hat gute Hits. Egal, das ist doch kein Problem. Das ist doch kein Problem. Ey, Junge, wir sind hier enthält, du findest auch selbst noch eine alte. Ich kann mal mit suchen. Oh, blaue Baum. Dem kannst du noch mal irgendwas sagen. Ist das gar oder irgendwas? Ich sag, du sind es doch eh noch nicht. Oh, knapp. 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 Mach mir mit für einen den Rakete. Ja. Hi, Hannes Müller. Ohne, oder? Hallo, Hannes. Nein, mit. Was? Junge, ich komm gerade gar nicht mehr hinterher mit Kommentaren lesen. Ja, hi. Ja, Hannes, Fabian Müller. Mann, ey, bist du berühmt? Was? Wie fühlst du schon? Wo hab ich denn grad? Ah, wieder 3. Okay, wo sind sie? Tim, wo bist du? Ich bin hier. Was? Mach einfach auf die Karten. Mach einfach auf die Karten. Lass halt mal und holen, Tim. Brumm, brumm. Nein, 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 nein. Wo sind die? Die Müllers halt. Ja klar, die Müllers. Beste. Ihr seid meine Unterstützung. Hä, Bennet, brauchst du die hier nicht? High ground, high ground, high ground, high ground. Die da? es ist die da die da die da oder die da ist die da die da ist jeder nieder oder jeder die da 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 oder die da ich kann mir jetzt kann ich sagen dass mich wieder das fanta konzert also die werte immer nach die ist es da nicht was darf man holt mit runterschießen ja doch als blaues haus neben und normale und hat lukas ein handy mit der autosnapper gegeben lagen wir nicht mini so alles rum herr locker und hat sie macht sich so lange nicht irgendwo mini ich mit sich hier ja ich hab sie viel dabei auch hier lang die minis herr ist hin denn bist du hier dem warte ich noch nicht hier oben auf dem baum gelandet bitte lass mich mal kurz ich bin auf dem baum gelandet bitte jungs gleich viel hp was was jetzt schon sagt bennett spielt auch noch zusammen am besten darf aber auch noch lol so lange jetzt ausmachen ja wir haben mit naja hat der perfekte granate verdächtig und können nicht wollen du kannst du mir bin schon da und lukas ist das richtige nachteil verschafft aber die haben auffallschaden bekommen dass mich so ein nachteil verschafft weil die hatten auch falsch anbekommen und schießt man gut ob jetzt ja war einer bei mir geht es noch nicht weiter aber mir kann auch nicht einländen das aber nicht gern glaubt sich nicht wieder pull machen meine kampfkommunikiert noch oder gemacht immer mal ich denke mal macht sich auch so ja noch nicht machen ja haben wir uns gerade auf dem bahnsteil umspielen und meine sachen an da kann es bei allen weitergeht die wird sich nicht wieder cool machen ja ich auch nicht obwohl du kannst du denkst dass das gar nicht aber niederhalt dann komm mal zu mir jetzt los nein ich bin bei mir fehlt noch eine waffe dem kommer du bist du da ja jetzt kunst bei mir weitergehen ich bin es nicht bei mir oh Ja jetzt Ich frage es nur bei wem was du passt der nämlich jetzt nein ja danke du kannst nur wie viel leben Leute ich muss ausmachen okay und dann spielen wir 1 gegen 1 gegen 1 ich bleibe im team nein warte bennett du kannst meinen noch haben hier unten liegt alles ich bleibe im team 1 hey das war bennetts loot hey Lukas wechselst du ja warte hallo das war bennetts loot jetzt nimm den loot wieder nein hallo es war mein loot ja tschau jungs ich habe mich die ganze zeit in der burg verkämmt ohja geht noch nicht weiter gell das ist die da die da die da Lukas, du musst nicht mehr wissen, oder? Nein wenn wir ganz weitergehen mehr nicht fein müller gesagt ist von 1 gegen 1 gegen einen neuen start machen nein wir machen wir machen jetzt 1 gegen 1 gegen 1 in die kauf jetzt los hey hallo hallo das geht ja gar nicht mehr das geht gar nicht wie ich auf die reihe ich bin ganz nah am es klappt nicht ich komme zwischen drin durch das hat die an das gefickt man hab's nicht doch jungen lukas ich hab's doch gerade bei mir kommt die fluganimation aber erzündet man kann hängt leider nicht zünden guck mir doch mal zu lukas ich hab's doch gerade gemacht hallo ich hab die fluganimation die wir schon immer gleich mal zu wo bist du denn hier oben dem schaffst du mir zu noch um wir bekommen die schätze mit ihr nicht machen bei mir kommen die flug hast du gesehen bei mir kommt die fluganimation aber es passiert nix wo springst du hinspringen zeigst hier auch dann guck mal guck mal nach w ja guck mal nach w was siehst du mich hier bin ich siehst du mich ja ich bin ja so weit ich dass es geht aber früher konnte man es machen wenn schon gestanden ist wenn schon gestanden ist aber es geht nicht wenn sie es kann man auch so ganz geschafft ja los jungs geht los ich weiß wie der trick raus geht jetzt man muss dagegen laufen jetzt war es geht los wartet weil ich habe gerade noch kommentare bekommen musste noch kurz lesen ist so ja okay und go ah nein ich gehe weg fly, fly away nein, 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 nein nein, jetzt klappt es wieder nicht wer verfolgt mich nein, 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 nein oh Mann wie ist das trifft connected bei dir was ich bin scheißkemple wieder ich will mal weg, Tim du bist durch mein gut gelaufen nur raketen und du hast nicht mit raketen wer sagte ich hab's gesehen wenn du kurz gleich will kurz nicht von hinten an es ist denn man damit dass ich gekriegten sachen wieder auf holen ich mal ganz ruhig nur ich von dahin hast du das einfach gleich kurz seiten ja wort er keine ahnung lukas ganz ruhig vielleicht müssen halt man will die nirga will die nirga der römer da grad schießt faktin ist denn bei mir geht's noch nicht los ach so das heißt doch egal ob du darfst du kein blöd machen aber der normale schild blöd ist normal ist ja ich meine halt normale leben ja und mehr auch nicht jetzt für mich auch nicht los ich hab gedacht ich sterb mir geht auch noch nicht los kann ich bin der herziger voll komischen packt was seid ihr denn jetzt alle ich komme gleich wieder nach tildern ich werde verfolgt und ich nehme auch das war ich nicht nur kann ich nicht ja ich hatte ins lab genauffe damit ich normales leben bekommen ja ok dann nehme ich halt auch gehört und wenn ich auf dann bin ich auf 120 leben das ist ja wohl okay kein kommentarer zu finden und mädel zu machen eure kleinzeiten sei dir was tut er du bist andller ich hätte er gar nirgen fallmüller geschrieben nach neue stadt viel zu überbaut meines nicht warte mal ich freue mir mal ein bisschen auf bin ich abschließen das ist auch schon wieder weg dann müssen wir gucken mal das ist nicht überbaut ist mal ehrlich du gast bist und schild hat ja das gibt es doch nicht also das bist du gar nicht doch das bin ich aber ich will dich halt töten digga du bist du mich doch auch alter ja also und jetzt muss ich mal spielen digga okay digga wie machen wir das jetzt super den anderen der schocken darum ich überlegte mich den holen die mit was wohl vielleicht mit körper zu bei mir studiert nein ich habe übelst das vorgehen dass sie mich jetzt in ich wusste es alter es gibt auch das macht der von hinten weiter weißt du wo was ich mich frage und wo macht er weiter ja weiß ich auch nicht du nervst wer nervt nicht du Du bist du? Tim, da bist du. Ja, sorry. Oh, oh, du kussest den Ernsthaft. Oh mein Gott, ich hab nur 17 Steinen, komm. Ich hab keine Ressourcen, Lukas. Oh mein Gott. Ich hab nur 17 Steinen, komm. Oh, du. Ich hab gedacht, die Falle löst noch nicht aus. Ach. Ach, geitimed. Und ich hab gedacht, die Falle löst erst später aus. Also, wo ich gedacht hab, man kriegt von gebautem Holz. Das ist nicht so. Und ich wollte abhauen, weil ich gedacht hab, dass, äh, dass die Falle halt, dass du noch eine Falle hast und du es hier reinsetzt. Tim, dein Ernst? Kann man die Falle kaputt machen, irgendwie? Ach so, da warte ich kommen. Ja. Ich tue ja nichts. Ach so. Ich hab dir die eigene Fahrt, was ich mit dir da oben? Wird schon weitermachen? Oh, du hattest noch eine Falle, du wolltest ihn ja drin noch holen. Deswegen bin ich auch rausgerannt. Das war ja mal. Ja, eben. Weil ich wusste, weil ich wusste, aber das ist mein Untergang. Was ist bei dir, Bennett? Geht es weiter? Bennett? Okay. Okay. Geht es weiter? Bei euch allen. Geht es bei euch allen. Geht es bei euch allen weiter? wir machen noch kurz ich gewisse es geht es weiter anscheinend ja ja jetzt kommt der noch von hinten eines gibt es doch nicht warum ich habe nur ich habe nur ein goldenes internet auf ein greifer wo bist du ja wir können wir nach der runde gehen wir raus wo bist du bist du rausgegangen bei netz wo können wir auch ein baubattle ja komm noch ein netz wo bist du ja nur mit 999 holz ja 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 okay alle ressourcen rausschmeißen bis auf 999 ja habe ich wo starten wir da hinten auf jeder starten okay okay drei bei 28 20 hast du ja früh gesagt somit selber runter ballern ja ich habe nicht so wenig kaputtetiger ja kommen also ist auch kein baubett weil ich runter geschossen hast wunder geschossen ich wollte ich gar nicht du hast aber ja ich wollte das verlassen ja mika hier kannst du mal das video aus machen komiker so lange ist es noch online ich kann ja nicht beitreten weil ich dich nicht als freund habe komiker war doch drin ist ja ich glaube sind einfach nicht rein ach so warte mal ja 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 warte mal ich sehe ihn bei unika tritt liga lukas tritt mir bei lukas tritt mir bei nein ich kann dir wieder nicht beitreten komm ich habe ich ein ich kann wieder nicht beitreten ich habe mir auch ein bisschen gekauft drei stufen oder vier fünftzehn fünftzehn mach es mal bereit mika mich war bereit ja dagegen alle ich kann auch bereit ich kann auch bereit Das geht bei mir nicht. Das fehlt wieder. Ja, sag doch. Ich werde voll lustig gewesen, wenn es nach der Reihenfolge dann bei mir nicht und dann bei Ben halt nicht. Alle gegen alle. Oh, da wird man einfach so oft von hinten geholt. Nee, ich gehe auf. Ja, okay, Jungs. Mach ich. Ich bin schon bei Tim. Ja. Eigentlich habe ich auch mal Bock. Und dann war ich Team 3. Ich gehe Team 3. Ja. Du hast gesagt, du wechselst, du musst wechseln. Ich nenne den gar nicht, wofür, meiner heißt Struppi. Ich habe mich mitbekommen, dass ich zu spät kam, gell? Weil ich meine Mutter haben gesagt, es hat 12 Uhr Treffpunkt und Trax und das Spiel. Und dann guck ich komme mich halt fast nicht aufgaben, ja? Was ist? Was ist? Was passiert ist? Wenn du riefst. Direkt eine Zehrung. Ich habe auch eine Zehrung. Aber ihr spielt als Mannschaft schon heftig. Ach so, hast du gegen Mika gespielt? Ja, ich verstehe gar nicht, warum du dich am Schluss auch gekriegt hast. Keine Explosionssachen und keine Heelssachen. Ja, keine Heelssachen. Einmal auf 100, einmal auf 200 machen und kann ich mal hier. Junge, ich habe vier Double Pistels und Lila. Ja. Ja, du bist, Mika, du bist auch getildet oder? Ich auch. Mika, du bist auch getildet oder? Ich nicht. Und du bist. Ich habe mich, ich habe Lila blau-grau. Ja, wenn du die Kiste öffnest und so. Mika, du musst einstellen, dass man dich beim Livestream hört. Mika. Mach ich mir cool. Ja, dich hört man. Was? Was? Ja, ich mache gerade einen Livestream. Okay. Ach, hallo, Leute. Ich bin der Mika, der beste Fußballspieler der Welt. Ähm, ja. Ich fick euch alle. Egal, wer kommt. Ähm, und zweitens, ähm, folgt mir alle. Mika ist er. Piep! 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 Was ist das schon weg? Geht schon los! 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 Ja, ich weiß nichts! Hä? Hat jemand so jemanden getötet? Ja. Aber noch mal keine Taschenbuch. Aber noch mal keine Taschenbuch. Aber noch mal keine Taschenbuch. Ich hab gesagt, ich hab gesagt, das ist keine Taschenbuch. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist auch Impfung. Das ist nicht. Ich hab' schon uns, ja. Ach, komm. Ich hab' auch keine coolenцо. Ich hab' auch keine Mario. Ich spiel' kann's auch nicht sagen, das ist uns. Oh mein Gott, ich hab' auch das jetzt machen. Das war Tierartig. David, ich hab' dir zu können. Oh nein, die Leute jetzt, ich weiße. Das ist voll gar einfach. Nein, die Leute haben das ja zu sein. Wow. die das jagd gewerben oder ich muss mal ganz kurz aufs klo von diesem ich konnte das blutte nicht töten das halbieren kostet ja er wird auch schon nach vor äh wir kommen im normalen auch immer bei uns wetzt ne das ist dann hängen wenn du hängen kannst du nicht mehr einführen das ist die Sache mit einmal auf und auf 200 und dann nicht mehr so optimistisch und Spaß ja es gibt es uns dann immer aufhiel doch noch nicht mal aber mir geht weiter es kommt mal kurz los was 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 oh wachsen die kann man kaputt machen das ist übelst unfair gegenüber den anderen ach Junge was nehmt denn ihr da hinten tschüss was baut ihr denn da oben machen wir eigentlich mit runter schießen ja nein echt ohne jetzt stoppt alle wieder ab weiter und das schießt das hin kippen und die 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 stattgefühlen lässt und das gibt es auch nicht er kann ich mich jetzt auch mal hier aber es bleibt auch 100 Leben wir haben schluckst du bist halt blössend was ist bei dir blössend alter erst mal ehrlich ja moin ja ja du kannst das war der hitz ohne runterschießen mache ich doch gar nicht junge werte abgebaut irgendeiner hat mich von hinten hat runter geschossen ich hab dich nicht wollen aller irgendeiner hat mich gerade runter geschossen der extra hinter mir was platziert dass ich nicht runterfall ich frage mich ob das klappt geht dann alles kaputt ich glaube schon wieder ja du kannst alle mit so ein spaß erhält sich das ist doch einfach man warum denn weil du mich runter geschaffen hat mika schild genommen mika doch hast du was ich hatte 100 lieben junge da war doch blaue lebensanzeige ja aber ich hatte keins ich hab mir wenigstens mal jetzt also ich hatte 100 leben und es ist mein gut und sie mal rein mika und das müssen uns von mir genommen von mir ich habe ja alles wiedergegeben ich brauche klein ich habe keine moni alles ich habe keine moni alles ich habe auch kleine moni ich habe auch kleine moni nein paar moni ja ich habe ganz irgendwie mit dem Busch gekämpft ich habe ganz irgendwie mit dem Busch gekämpft ich bin auf 89 Leben ich bin unbereit ich bin bereit mein mitt RM Hanım was ich ich bin wo hast du ein scheiß Jagdgewehr das muss ich auf der heule Flag person ich Du schien. Ich weiß, ich hielt aber. Ich! Ich hiel mich gar nicht. Ja. Fabian Müller hat grad geschrieben, er hat zurückgespult, er hat Blue Life geholt. Hab ich gar nicht. Also echt kanns. Was ist denn das Fortnite? Ich hab an einer Wand, hab ich Schaden kassiert als ich runtergeflogen bin. An einer Wand. Hau. Hat es weh? Nee, natürlich. Als ich auf dem Boden war, hatte ich nur noch 10 HP, weil ich an der Wand aufgeplatscht bin. Auf einer Wand. Nee, ich kann Fabian Müller auch zu meiner Sicht anschauen. Leerbert. Ich hatte keinen Schürf, alles. Da haben wir vielleicht andere Fehler. Es ist halt wirklich so. Du wolltest los. Äh, Tim. Ruhig, 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 ruhig. Oder wer das noch immer grad ist. Ruhig. Nein. Mir geht's nicht weiter. Mir geht's nicht weiter. Ja, der oben auch gerade drunter schießt. Bei mir geht's nicht weiter. Der mit der Spitzhacke. Geht's nicht weiter. Der wo schlecht. Muss man jetzt fahren. Aber nee. Kann ich ihn nicht mehr sehen. Er kann ganz gucken, ob ich das Schild genommen hab. So nebenbei jetzt mal. Er hat ja zurückgespult. Er hat ja gesagt, er war in einem Busch. Ja. Er hat eh geschrieben, er glaubts. Wie gesagt. Ich hatte keins. Ja eben. Woher soll ich denn? Ich bin gelandet und bin dann wieder... Ja. Bei uns war halt der Anteil der Gefühle, dass du Bluelive hat... Leben hat. Ohne Ahnung, Seite. Also, kann man sich hier aber auch 200 machen kann? Nein. Das ist schon mal du in jedem Fall was hattest. Nee, mach mich nicht. Ja. Ich hab jetzt 89 Leben. Ich kann mit einfach mal ein Lagerfeuer. Ja, ein Lagerfeuer kann man sich nicht hören. Aber kein Bluelive machen. Das ist ein Bluelive. Ja, all das so glieb. Ja. All das so glieb. L-E-G-H-D, H-B. Ja, sollen wir Bluelive gönn? Sollen wir Bluelive gönn? Ja, sollen wir Bluelive gönn? Ja. Auf 200 darf man sich hier jetzt mal machen. Okay. Ach, okay. Ja. Ich hab's Kontakt, alle wenn ihr bereit seid, gell? guck mal fabian auch hier ist es weiter dann mädels was steckt euch nicht siebener hilft ist klar ich habe nichts genommen und sie hat einfach das war ja ist echt so meine punkke machten siebener hit total verkackt würde ich mir sagen ja auch ich komme nicht runter ist da weg ich glaube es nicht das ist doch so aus sie machen lucas witzig ich habe mein blut hier unten du kannst du mich runter ich habe noch nicht meine waffe und liegt mein blut kann schauen wo ich gerade bin ja ja junge hier unten liegen meine waffen wo ich hinlaufen musste ein junger was soll das bennett ich war es nicht ich erkenne es komplett an seiner stimme dass es war genau ich war es halt nicht es ist also mein schalt ja von allen zeiten da muss auch so ein paar tagen kommenten hat das junge sie haben ein lud auf sind das was ja wir schon mal gut auf sind alle das macht niemand für extra alter dem er stand fünf meter von ein lud entfernt und dies und sie sich auch von hattestart wegen ich hab jetzt ich war es halt nicht was ist ja das war wirklich ich kann ja nichts bearbeiten ist alles da mit 100 leben oder schon immer mit 100 lieben erst gemacht wenn es ja ach so ja dann haben hier war die wand noch da ich nehme jetzt auch erstmal ein bisschen bloß auch mit der blue life den bernert ach Gott du musst es und schaust hübschen dort kommt er noch von einer zeite die schützen Alter wir einfach ja was ist denn da ist doch nur auf der tower und einfach so spiel zu kennen es auf den tausend snipen und spielwiese was war müller geschrieben hat bitte ich habe mich mal kurz bitte nicht holen ich habe ich lebe aus dem er hat gerade geschrieben so eine lusche mit wem wen er damit meinte mich nein mika so leicht so schlecht im vortrag und ein anderer lusche ja ich weiß es soll nicht persönlich werden aber es war eine erprobe antworten ich wohne wollen mit ihm machen würde ich jetzt eine freundin so ja aber noch kurz um meine oma und meine opa gehen kann ja jetzt schießt er gleich ab ne der geht grad ganz nach unten ne der hüpft da ne ich sag euch die lusche hi hallo achso ich hab gedacht das wäre tim deswegen habe ich ihn nicht abgeschossen ich hab ihn ex ich hätte ihn so leicht ich hätte dich so leicht pushen können und deswegen habe ich ich habe ihn nicht geholt er wo er wenn sich in einem von wenn sich mit einem von er auf er 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 wasser so kurz herrn gesichert also du kannst du bist so ohne gemacht du bist so ein eine frage wie hat so einen goldenen schuss von der goldenen habe überlebt nein ich habe kein blut finn muschlerkasse nice grab ich hab zwar ja nichts anderes machen ja ich so auch wenn man gut über eine blau pampus zum beispiel wenn man das danke ja mein jagdgewehr ist auch weg scheinlich als lukas geholt ich habe immer noch die goldene ich kann dir auch einen screenshot schicken von meinem inventar und so um mein gott so ich trage ich fahrrad helfen was sie mitnehmen können wir nicht muss man mit ihr irgendwo der ist und ist alles weg ist so traurig ich bin ich bin ja erster oben nicht hat sagt alles da oben es lag alles dort oben da wo du die falle gegangen bist hochbauen ganz hochbauen wie geht es nicht versprochen ja genau da hoch drei etagen hoch das auch noch ungefähr drei etagen hoch ein schuss ich kann loskopf gemacht nein hier ich bin hier oben hier oben trifft mich denn er bei mir ist Frieden bei mir aber nicht und es geht weiter bei mir halt nicht ich habe zwei ap ich bin wieder ich frage dich geht es weiter erst mal alles zubauen und wir haben eine halbe Slampe Alter du bist so ein Kämpfer Digga ist der schlecht der schlecht nein er hat mit dem Dachsmal hinten dran gemacht weil du oben die ganze Zeit gegen die Decke geflogen bist wer hat den Mutschler ja ne frage Müller äh eindeutig Junge ich suche mein lieber alles gespeckt Jacke wäre weg ich glaub's nicht hey wie hast du mich grad nicht getroffen ich hab ein bisschen vorhin zu ich hab ein bisschen vorhin ich hab ein bisschen vorhin der hat mich gestimmt wieder oder redet er mit euch ja ja da hat er mich geschossen jetzt hab ich mal ein Stumpf Junge kann mal jemand sagen dass Kevin nicht einen Schuss hat Alter Junge Kevin von mir geht's noch nicht weiter Kevin dein Mikrofon ist wieder on start Alter Sieger wisst ich ich stürmer Kevin oh ne ich hab grad Mikrofon gesehen gestimmt wo wurde was ist Mika ich hab dich grad auch gesehen gestimmt ich hab halt eigentlich keinen Stumpf weißt du wo man ne gerade nicht als da wo du gestorben bist glaub ich wie hey warum wenn ich da runtergeflogen sehe ich Mika grad äh Finn hat grad geschrieben Grüße gehen raus aber nicht an dich Mika das soll er halt so ein wirriges Ding keine Ressourcen mehr ey du kannst also du reg ich mich auf ich schieß nicht auf dich ich schieß auf Bennet das soll ja wir sind nicht wirklich zu bauen ich ja dann auch das ich komme ich kann ja wir alle schon ja ich weiß dass damit immer alles ein es sagt es war aus deswegen kämmen soll mich meinen sturm mal dass man redet nicht entweder ein geiles mikrofon ich bin gestimmt weil es nicht auf meine leichte moni einfach auf unser lud liegt jetzt zusammen durch ein krappler was seid ihr überhaupt bei ohrenturm dann leichte muni die stimmung ist zwei ehrliche feiert hat es nicht ja ich denke dann ist man ja dem hier oben liegt dann schon gewöhnen holz und schon schon gehört ich bin hier weiter weil du mich folgen wie ich sie hast danke für eure junge alter er ist so ein depp er sagt zu mir es geht nicht weiter das habe ich das gesagt also schon lukas gesagt habe ich gar nicht du sagst zu mir gestorben ist jetzt mal doch nicht alter nur du gestorben bist ja ja ich habe mich hier in sturm all das dumme kinder so ein richtiger kevin aller er weiß doch dass wir voll sind und ist immer noch in der park handels jetzt nicht aber dem ist das dumme kinder jemand sagt dass er mich in sturm soll und kommt warum soll ich das dumme im sturm geht es bei der weiter mika alle sind so ganz komisch jetzt kratz mika gibt sie gibt er hat geschickt wenn ich kann nicht weiter wenn ich um mich kratzt was so gut und sturm ich weiß nicht ob es mit 20 sp heute noch hinhaut wir wollen so viele 19 ja du auch das sucht du auch schon keine hobbys das ist andere problem von kämpfer stürzt die nächste ich habe mir was gebraucht ich habe ich habe den falschen skin verwechselt hier wurde einfach zu viel gebaut man erkennt gar nicht gibt den tipp über der gerade gesehen dass es so scheinbar wieder ich will auch mal battle machen und mir ist alles so sniper und so den bau bettel habe ich dich gefragt ja moin ich gehe ausrede also hört doch mal auf mika ich bin es doch gar nicht ich suche doch und ihr auch oder was ich habe sogar kevins Mannschaft hat gegen uns verloren aber ich hatte schon mal jeden zu zweifeln von euch spielen gerne echt gegen kevins Mannschaft überlaufen symbolik mal ich habe nur noch 30 bleibst du das ja und wir machen müssen einwand das war karten aus es war gerade richtiger schädiger was sind das hier noch für waffen in spielwiese und so bist du eigentlich ja keine ahnung kann man ja auch anders als leiten ja ich habe gute waffen keiner will irgendwie mit mir kämpfen der will nicht unterschieben irgendjemand war basketball unten hat aber nicht wo wir sind was ich habe ich doch kann die stürze erledigt ich habe doch gesagt dass sie euch die ganze grund schließt dieser weise das stimmt das ist mein gut ist da ist mein gut liegt auch unten und wieder mal habe ich kann es ich habe alles wieder ich nicht wieder los denn ich brauchst du hast du ja ja jetzt du kannst du gerade schildes ist schon klar meine ressourcen haben wir alle es ist dann ernst und welche dabei mika bei mir lang hier gerade schon da unten ich erzähle im alter was ist denn wo springen sie sehen meine stürmen gewährmonie hast du glaube ich noch ich habe noch 600 ich habe nur 24 hier unten und hast du meine blaue zweitwaffe gesehnte was zweitwaffe gesehen lukas noch mal ein lutz ab hätte bist du kattisch bist gott gestorben die kraft ja hier ist mein mit ihr entschuldigung am kommunist neil war und man nämlich brauchst du mir nie dem stunden um er kann kennen und spiel spiel ist auf erde du bist auch cool also du bist so aus sieben ich hatte 50 wo es euch die rechtlichen haben ja jetzt gehe ich hatte 150 du bist durchgebrockt ach so ziemlich voll eigentlich helfen die abo ist leicht oh mein gott du bist so eine camp haben ja kevin schaust dir gleich mal spiel mal bitte fort mal statt irgendwas für den jungen kämpft so eine camper nutte du kannst du das kämpft nutte kevin hast du meinen fix job gesehen und das war doch nicht kämpfen jungen lasst doch mal mein lud digger aussuchen du dummes kind das war tim ich wieder gellst aber du ist so mal da weißt du immer bist junge mika jetzt schau mal noch zu schnell die man hat dich getötet du kannst nichts aber ich mache eigentlich lukas was ist sein problem sollen wir mal hier ein fortmatch spiel statt zu kämpfen ja du hast ihm ohne grund getötet deswegen habe ich dich getötet warum mich schuldig da wieder ein zu kämpfen es ist never camp mal ich glaube du verstehst nicht das sind zwischen camper und taktik komme ich habe doch kein leben der ganze stunde mehr alles ja ich stelle ja was das wäre durch mich ohne brauche was mache ich hier ich bin runter ich ja du Oh, geil. Was ist denn? So ein Loch, Alter. Bennet, den gönne ich mir erst auf. Ich kann es nicht durch. Da wäre der Dusche auslaufen. Der hat den Kursspieler Double Young gewehrt. Ah, Tim! Du bist so ein... Du bist so ein... Schön, Tim. Du bist so ein Arsch, Alter. Guck mal, Tim, nach oben. Tim, guck mal nach oben, hinter dir. Tim, ich mach nichts, ich nimm Spitzhack in die Hand. Los, Mika, was beleidigst du mich die ganze Zeit? Geh. Ich sag's doch du. Tim, hallo. Ich mach' dem gar nichts. Tim! Gut, gut. Nö. Mika, du bist ja die ganze Zeit grad ausrastet. Tim, was für du kannst? Ich sag's doch nicht. Ich sag's doch nicht. Ich sag's doch nicht. Ich sag's doch, Lukas behauptet, aber egal. Du hast dann auch behauptet. Und als behauptest du dich schießt, Tim, ich hätte dich runtergeschossen, obwohl es Bennet war. Ja, und ich hab dich beleidigt. Ja. Ja, beleidigt. Stimmt. Tim, bei mir ist grad Frieden, ich hab extra bei dir getanzt. Echt? Ja, ich hab' die ganze Zeit getanzt. Kannst du im Stream nachschauen. Hier, guck. Oh, Lukas, du bist so ein Kämpfer. Kämpfer? Was ist Kämpfer? Was ist Kämpfer? Ja, ich baue mich nach oben, geh' raus und schieß'. Ich baue jetzt aus. Ich baue jetzt aus. Ich baue jetzt aus. Tim, baue du dich hier grad nach oben? Ja, ich komme. Ich baue jetzt aus. Ja, das macht das. Ich baue jetzt aus. Ich baue jetzt aus. Ich baue jetzt aus, aber was sollst du hier noch machen? Das ist das, was du hier nimmst du hier noch in. Ich baue jetzt aus, ich hab' ich gehorchen. Ich hab' ich gehorchen. Ich hab' ichính, ja, ich hab' ich ins Hauw sert. ich weiß es gibt auch keine schallgedämpfte maschinenpersonen ja ich glaube es ist ja ohne wenn ich halt jemand aufsehen darf jetzt guck mal kurz den chat an kevin kurz den chat an da schreiben mir so viele rein das kann man gar nicht anschauen so viele hast du schon angeschaut kann ja da kommt schrank ist es ja 64 nachrichten schon so 64 nachrichten von wem vom fünfklässler finn wahrscheinlich seine schwanzgröße ist auch nicht länger wie seine körpergröße das ist ja richtig wartet Mika Hals Maul jetzt und ganz ehrlich heul doch ich bin doch egal ich empfehle es der größte Lützer scheinbar mit Lukas ist so alle Mika die bleiben dich gegen die Schwerdalle alle Jungs also wenn er mal ein kill bekommt da sind so jetzt passt's ja ich hab schon verlassen ähm ich glaub ja oder äh geh mal in den chat und schau mal ob man dich hört oder geh mal äh ja du bist jetzt auch dran ja moin beste hä ist echt der beste Lifetime grad wo ich hab äh Kevin kommst du bei mir rein ich seh dich grad nicht bei mir bist du nicht angezeigt ach Zuschauer Junge was geht jetzt grad ab äh du musst geh mal kurz auf Party Party Einstellungen und dann auf Chat Audio und dann äh Priorität für Spiel äh nee warte nee das ist es nicht äh nee nein nicht äh zulassen dass deine Stimme geteilt wird mach immer zulassen ja mach für aktuelle Party ja mach für aktuelle Party mach immer zulassen ja mach für aktuelle Party Lukas, ich bin hier bei der Seite, weil du besitzt hast. Machst du den Live-Steam mal ein bisschen weiter weg, man hört sonst Echel. Ja, ich hab ihn auch gemacht. So, Leute, passt für euch Höhenrausch, die wo gerade der Online-Sinn? Ich warte mal kurz. Passt für euch Höhenrausch? Ja, okay, wir machen Höhenrausch. Geht frei Lukas für mich? Ja. Was du das wo geschrieben hast? Achso, das warst du. Ah ne, Hannes auch. Ja, liked alle mal den Chat. Und lasst mal ein Abo da. Ich glaub ich muss gleich ausmachen. Ah ne. Okay. To medal. Komm, wir lassen mal gucken, wo wir kommen. Junge, 78, 79. Liken, ja, liken, liken. Er hat gewertet. Oh, boah. Okay, noch das geht. Ich glaub ich mach nur auf die Runde. Lukas, hast du dich so mit dem Lama? Ja. Ach so. Hatte so ein bisschen, ja, gell? Okay. Ja. Ja. Dann nehm ich mal. Ja. Dann die Pistik fatte. Likum ist ja nicht so, ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so , ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so. Ja, ich bin bei dir. Hab'n Figgis. Ich glaub' ich muss gleich rausmachen. Jo, ich hab' zwei Figgis und drei Minis. Ja, wo bist du? Hier oben drin. Junge, ich lese jetzt mal alle Kommentare mal noch schnell. Liken, 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 liken. Ja, das reicht's mal mit liken. Ja, Junge. Ja, liken. Ja, reicht. Tschüss. Jetzt hört doch auf mit reinzuschreiben. Ja, Famille Müller. Liken. Ach Gott, ich schau's nicht mehr an. Lukas, hier legt ein Minis, wenn du mitnehmen kannst. Ich hab' den Famille Müller. Ich hab' den Famille Müller. Nee. Hat nur Maschinen gestohlen, Fabi und ich war immer dabei. irgendwas. Ach, hier liegt noch mal ein. Als quieres die Milank onegt sich jetzt kurz. Ach, hier liegt noch mal hin. Dadurch die Milank wäre nicht zu schiefen. Ja alter. Wie ist denn der Chitt jetzt? Ja, anders. Ach, hier liegt noch mal hin? ja ich glaub schon dann kommst du mal hoch ich hab mich mit Pistole um mich zu verteidigen wer ist alles eigentlich in deinem Chat weiß ich gut gar nicht auswendig tschüss jetzt übertreibt mal das ist mein Lootrop teammate wo du kannst da hinten bei dir jetzt ein Gegner wo wo denn hat das unten gesehen er ist in Fluss geklaut da komm ich seh ihn nicht auch vorgehen Verfolgungsjagd denn hier ja der geht in Richtung Dasti ich bin direkt hinter ihm mit das hat auch das nicht gerecht Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Mit Kevin. Das war's. 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 Ja. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Das war's. Das war's. Das ist. Das ist. Das war's. Das ist. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. Das ist. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. Das ist. 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 das ist.